Gehen Sie mit Anixer auf Reisen. Die Schauspielerin Katharina Schubert entdeckt für sie die asiatische Metropole Singapur. Weil ich noch nie in Asien war und man hier die Möglichkeit hat, möglichst verschiedene asiatische Kulturen kennenzulernen. Höhepunkt ihrer Reise bildet das chinesische Neujahrsfest. Anixer auf Reisen. Samstag um 16 Uhr. Anixer auf Reisen.